Hier an der ungarisch-serbischen Grenze lässt die Regierung Orban einen Hochsicherheitszaum mit Bewegungssensoren und anderer Technologie errichten. Bereits im Mai soll der Übergang hermetisch geschlossen sein. Das ungarische Parlament stimmte für eine massive Verschärfung der Asylgesetze. Die neuen Regelungen verletzen neben EU-Recht auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Der Weg über Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien ist weitgehend dicht. Seit Anfang des Jahres sitzen noch etwa 8.000 Menschen in Serbien fest. Sie haben den Winter in der Kälte ausgehaut. An der ungarisch-serbischen Grenze können Flüchtlinge durch stelane Drehkreuze die Schleusen der Transitzonen betreten. Am Tag werden etwa 10 bis 15 Menschen eingelassen. Die Familie Baschi aus Afghanistan hofft auf ein Weiterkommen. Das Milliardengeschäft der Schlepper ist auch nach der Schließung der Balkanroute weiterhin intakt. Immerhin gibt es genug verzweifelte Menschen. Ihnen versprechen die Schlepper, sie über geheime Wege ans Ziel zu bringen. Dazu gehören auch die gefährlicheren Routen über das Mittelmeer. Mehr als 5.000 Menschen kamen allein im letzten Jahr dabei ums Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017